1 Müller, 2 Tretze, 3 Eichmann, 4 Dentsche, 5 Tretze, 6 Bredow, 7 Moll, 8 Ubers, 9 Föhne, 10 Richter, 11 Kille. Der FC Lok Leipzig ist im Finale des Cups der Pokalsieger und schauen Sie sich diese Freude an. Danke, 1. FC Lok Leipzig. Schauen Sie sich dieses Publikum an, schauen Sie. Ich glaube, die Wälder sprechen für sich. Wir haben im Ziel auch, du niemals unterwillen. Auf 1, auf 1, das ist gewiss. Morgen im Ziel auch, da waren sie alle Schiss. Wir haben im Ziel auch, da waren sie alle Schiss. Vielen Dank.